Jetzt geht es noch um die Arbeit mit unserem Native Instruments Keyboard im Zusammenhang mit einer DAW. Ich habe jetzt hier schon ein Cubase Projekt geladen, das heißt ich verwende jetzt eben als DAW in diesem Beispiel Cubase und an diesem Projekt möchte ich einfach einige Möglichkeiten zeigen, die uns diese Keyboards eben für die Arbeit mit Cubase oder mit einer DAW dann anbieten. Bevor wir uns allerdings die Arbeit mit dem Keyboard und Cubase ansehen, sehen wir uns noch einige Einstellungen hier in Cubase, also in meiner DAW, die ich jetzt exemplarisch hernehme, mal genauer an. Zunächst mal gibt es einen grundsätzlichen Unterschied von unterstützten DAWs. Da finden Sie immer die aktuellsten Informationen auf der Native Instruments Webseite und bei diesen unterstützten DAWs ist die Einbindung auch meist recht einfach. Also hier zum Beispiel bei Cubase erkennt Cubase dann automatisch auch dieses Complete Keyboard und ich zeige Ihnen mal die Einstellungen dazu. Im Bereich Studio finden wir den Eintrag Studio Einstellungen. Und hier ist besonders wichtig der Punkt Fernbedienungsgeräte. Hier taucht eben der Eintrag Complete Control S-Series auf. Sollte der nicht automatisch bei Ihnen dann installiert sein, wir finden auch hier unter Gerät hinzufügen die Möglichkeit Complete Control S-Series das per Hand dann hinzuzufügen. Und als MIDI Ein- und Ausgang wählen Sie hier Complete Control DAW 1 jeweils aus. Das hatte ich ja schon in einem vorhergehenden Video mal angesprochen, dass das eben der MIDI-Port ist, der für die DAW-Steuerung dann zuständig ist. Hier in meiner DAW gibt es jetzt noch die Möglichkeit auch bestimmte Befehle hier ja zu konfigurieren oder eben frei dann auszuwählen. Ich lasse das jetzt alles hier auf den Standardeinstellungen. Ich möchte noch auf einen anderen wichtigen Punkt hinweisen hier in den Einstellungen und der ist eben unabhängig von der verwendeten DAW. Denn dieser MIDI-Port ist ein ganz normaler MIDI-Port. Der taucht hier auch bei den MIDI-Anschlusseinstellungen auf. Und hier in den MIDI-Anschlusseinstellungen gibt es eben bei sehr vielen DAWs Einstellungen, die alle MIDI-Kanäle oder alle Instrumenten-Kanäle betreffen. Hier bei Cubase ist es eben dieser Eintrag in All MIDI-In. Das heißt, wenn ich eine MIDI-Spur, eine Instrumentenspur auswähle, ist da als Standard-Eintrag, als Standard-Eingang, MIDI-Eingang eben dieser All MIDI-In-Port ausgewählt. Das heißt, Cubase empfängt auf allen MIDI-Ports einfach die MIDI-Signale, die ankommenden und schickt sie einfach an das entsprechende Instrument. Das macht natürlich hier bei uns nur bedingt Sinn für diesen MIDI-Port Complete Control DAW 1. Und was da oft als Fehler auftritt, denn es sind ja auch bloß MIDI-Befehle, wenn ich hier Start und Stopp dann drücke, dass hier Noten mit ausgelöst werden, die wir gar nicht auf unserer normalen Tastatur dann spielen. Das heißt, hier ist ganz wichtig, dass ich eben diesen MIDI-Port aus In All MIDI-In dann herausnehme, damit eben hier keine falschen Signale weitergeleitet werden. Sehen wir uns die grundsätzliche Bedienung an, beginnen wir mit dem Transportfeld. Ich denke, das ist selbsterklärend, also Play, Record und Stopp. Dann finden wir noch die Möglichkeit, das Metronom zu aktivieren und zu deaktivieren und den Cycle ein- und auszuschalten, also diesen Loop-Bereich ein- und auszuschalten. Wir sehen das eben hier auch in Cubase an der entsprechenden Schaltfläche und im Taktlineal. Mit unserem 4D-Encoder haben wir die Möglichkeit, nach unten zu steppen in unseren Spuren und nach oben zu steppen. Wir haben ja hier eben einen sehr leistungsfähigen Encoder, den wir eben auch als Joystick hier benutzen können. Außerdem habe ich die Möglichkeit, hier taktweise vor- und zurückzuspringen in meinem Arrangement. Ich denke mal, eine der interessantesten Möglichkeiten ist aber auch die Steuerung unseres Mixers. Dazu schalte ich hier mal auf eine Mixer-Ansicht in Cubase und gehe auch hier in den Mixer-Modus. Und wir sehen jetzt hier eben unsere ersten 8 Kanäle, die ich jetzt im direkten Zugriff auch habe, mit meinen Endlos-Encodern unter den Displays. Ich kann jetzt hier bankweise, also in 8er-Kanälen weiterschalten mit diesen Page-Tasten und habe jetzt hier dann die Audiospuren 9 bis 16. Jetzt sehen wir ja nicht nur die Kanalfader hier angedeutet in unserem Display, sondern auch darüber unsere Panorama-Regler. Die Panorama-Regler erreichen wir zum Beispiel mit einem Druck auf Shift und dann einer Bewegung des Encoders nach oben. Dann sehen wir auch, dass eben hier die Kanalfader ausgegraut sind und die Panorama-Regler jetzt aktiv sind. Und so habe ich eben auch die Möglichkeit, hier mein Panorama für die entsprechenden Spuren einzustellen. Ich denke, es wird auch klar, dass mit so einer Arbeit nicht unbedingt das Mischen von großen Projekten dann realisiert wird, sondern es geht eher darum, dass ich an meinem Keyboard sitze, gerade noch was einspiele, die einzelnen Spuren gegeneinander anpasse, einzelne Signale vielleicht mal nach links und nach rechts dann bewege und eben dann wieder zu meiner normalen MIDI-Funktionalität zurückspringe und meine Instrumente weiterspiele. Ich wechsle wieder zurück in meine Projektansicht und mein Keyboard hat hier aber scheinbar noch weiter keine Funktionalität. Also ich kann in den MIDI-Bereich wechseln oder ich kann eben in den Mixer-Bereich wechseln, aber ich kann sonst nichts steuern damit. Und das hängt eben damit zusammen, dass ich in meinem Projekt bisher nur 16 Audiospuren eingesetzt habe, aber noch keine Instrumentenspur mit Complete Control. Das möchte ich jetzt mal machen. Mit einem Rechtsklick öffne ich mein Kontextmenü und füge ein neues Instrument hinzu, Complete Control. Und ich nehme hier gleich mal drei neue Complete Control Instanzen. Ich gehe auf Spur hinzufügen. Ich ordne nur noch mal die Spuren neu an und wir sehen jetzt schon wieder, dass wir also praktisch wieder diese Funktionalität haben, wie wir sie schon kennengelernt haben, bei Complete Control Software als Standalone-Applikation. Das heißt, hier wäre ich wieder darauf hingewiesen, wenn ich doch ein Instrument spielen möchte oder laden möchte, dass ich bitte den Browser öffne. Und ich mache jetzt folgendes. Ich öffne mal hier dieses Plugin. Ich sehe, mein S49 Mark II ist damit verbunden und kann jetzt hier eben den Browser auch dementsprechend öffnen und wieder meine entsprechenden Sounds dann anwählen. Mit Load kann ich dann das entsprechende Instrument oder das entsprechende Preset laden und dann eben auch dementsprechend spielen. Jetzt habe ich ja drei Instanzen eingefügt. Das heißt, springe ich zur nächsten Instanz weiter einfach mit einem Druck nach unten auf diesen 4D-Encoder. Dann sehen wir wieder diesen Hinweis. Ich habe ja auch da noch kein Instrument geladen. Das heißt, im Normalfall sind eben die Spuren, die ich anwähle in Cubase und mein Keyboard praktisch miteinander verlinkt. Und ich bediene im Normalfall eben immer wieder die richtige Instanz meiner Plugins. Ja, das waren jetzt einige Möglichkeiten, mit dem Complete Control Keyboard im Zusammenhang mit einer DRW zu arbeiten. In den folgenden Videos sehen wir uns die einzelnen Funktionen im Detail an. Ich gehe hier also dann wesentlich mehr in die Tiefe, als ich es bei diesem Überblick und bei diesem Quickstart getan habe. Hier bei diesem Quickstart ging es ja wirklich darum, einfach mal die grundsätzliche Arbeitsweise mit unserem Keyboard im Zusammenhang mit verschiedenen Softwareprodukten dann zu sehen. Bis zum nächsten Mal.